Musik Häschen in der Gruppe Saß und schlief Saß und schlief Armes Häschen, bist du krank Dass du nicht mehr hüpfen kannst Häschen, hüpf Häschen, hüpf Hi, herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast Keine Angst, ich gehe jetzt nicht unter die Puppenspieler Obwohl, wäre vielleicht auch mal eine Idee Wäre vielleicht auch mal eine Idee Also, was hat der Hase denn Und vor allem das Kinderlied Mit diesem Thema Selbstmitleid zu tun Die wenigsten meiner Klienten haben mir das Gefühl Dass sie sich selber mehr mitleiden Wieso merke ich das? Erstens einmal arbeite ich tagtäglich mit Menschen zusammen Und wenn man dann So beim Unterbewusstsein arbeitet Auch energetisch, so Schicht für Schicht Da löst Kommt man irgendwann später erst einmal auf Selbstmitleid Und Selbstmitleid Ist dann so dieses Gefühl Ich bin so arm und warum ich Das kann man ungefähr so zusammenfassen Natürlich ist es ein sehr Einschränkendes Gefühl Und es ist auch nicht besonders angenehm Da jetzt im Selbstmitleid mit festzustecken Denn das Problem ist Das ist auch so eine passive Energie Die verhindert, dass du weiterkommst Weiterkommst in deinem Prozess In deinem Abschiedsprozess zum Beispiel In deinen Trauerprozessen Und dieses Selbstmitleid ist deshalb etwas Das gelöst gehört Aber das hat jetzt nichts mit Egoismus zu tun Wenn du Selbstmitleid empfindest Und das ist eben ganz wichtig Weil jeder hat dieses Selbstmitleid in sich Jeder tut sich mal leid Manche mehr, manche weniger Manche unbewusster, manche bewusster Und deshalb komme ich gleich zu diesem Kinderlied Denn natürlich bin auch ich die ärmste Person Die es überhaupt gibt Also es gibt niemanden, der ärmer ist als ich Und diesen Anteil habe ich auch Ich bin alleine Keiner versteht, was ich tue Ich habe immer so viel Arbeit Keiner hört mir zu Yada, yada, yada Und das sind so diese Aspekte Die habe ich auch in mir, natürlich Die Frage ist halt nur Wie gehe ich damit um? Und ich habe eine Methode für mich entwickelt Und ich nenne das so die ironische Distanz Die ironische Selbstdistanz Und die hilft mir da so Abstand Von meinen Gefühlen zu gewinnen Und die ein bisschen von außen zu betrachten Und wenn ich das Gefühl habe Also da gibt es zwei Methoden Wie ich damit umgehe Und die verrate ich dir jetzt Die eine Methode ist Die Überhöhung eines Dramas Das heißt, ich mache ein Riesendrama draus Und sage wirklich, ich bin der Allerärmste Und es gibt niemanden, der so schlimm ist wie ich Stimmt, du hast recht Und durch dieses Veräppeln Was ich mir selber gebe Habe ich einen Abstand zu diesem Selbstmitleid Und durch dieses Veräppeln Kriege ich einen Abstand von mir selber Und kann mich selber rausholen Also so eine gewisse Distanz zu meinen Themen Und zu meinem Gefühl Und komme dann eben rein und schaue Was brauche ich denn, dass ich dieses Gefühl lösen kann Und dann kann ich das auch bearbeiten Das ist Methode Nummer eins Das heißt, das ist so dieses wirklich Überhöhen Und das zweite ist eigentlich Wirklich dieses Kinderlied Mit diesem Kanickel Mit diesem Hasen Häschen in der Grube Armes Häschen, bist du krank Dass du nicht mehr hüpfen kannst Und wenn ich mir das selber vorsinge Wenn ich in so einer Emotion stecke Dann tröstet mich das Vielleicht ist das auch irgendwie Eine unbewusste Kindheitserinnerung Keine Ahnung Glaube ich aber nicht Also mir wurde glaube ich Nicht so viel vorgesungen Aber dieses Lied Hat sich so bei mir festgesetzt Und das findet dann auch mein Unterbewusstsein cool Und dadurch wird es auch schon leichter Weil vielleicht hast du es schon mal gemerkt Wenn du singen kannst Irgendein Lied dir singen kannst Dann kommst du in eine andere Stimmung Es gibt ja so diese Beobachtung Man kann keine Angst empfinden Wenn man singt Und deshalb ist eben Singen ein gutes Mittel Weil man da halt andere Bereiche aktiviert Und dieses Häschen in der Grube Ist eben für mich so ein Mittel Zum sich selber trösten Denn letzten Endes Und das ist halt so Ist man halt alleine Und man muss halt in den wesentlichen Dingen Immer für sich selber entscheiden Und da geht es jedem Menschen gleich Da kann man vielleicht einen Partner haben Mit dem man sich austauschen kann Den guten Familienkreis Freundeskreis Aber letzten Endes die Entscheidungen Und damit auch die Verantwortung Muss man ja selber tragen Und insofern ist ja jeder von uns Auf eine Art und Weise alleine Und das sind eben zwei so Mittel Wie ich aus meinem Selbstmitleid rauskomme Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen Beobacht mal selber Hast du wohl das Gefühl Dass du arm bist Dass du irgendwo feststeckst Und dann probiere einfach mal diese Methoden Ich bin gespannt Auf was du so drauf kommst Und wenn dich interessiert Wie du selber Energetisch arbeiten kannst Wie du selber dann diese Frequenzen Aufspüren kannst Erzeugen kannst Und mit dir selbst arbeiten kannst Dann Check doch mal meine Homepage Ende Februar startet Die neue Jahresausbildung Mediale Energetik bei mir Und da habe ich noch Plätze frei Also wenn du Interesse hast Melde dich einfach mal an Oder für ein unverbindliches Informationsgespräch Und ich freue mich Über einen Daumen hoch Teil das Video Schreib mir deine Erfahrungen Und ich hoffe Wir sehen uns beim nächsten Mal Alles Liebe Aus dem schönen Linz Dein Oliver Erreni Tschüss Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020